Unterwegs in Weyerfilmer bin ich fündig geworden und zwar einer L52D, wie man schwer kennen kann, aber gut zu erkennen hier am Stator und was sie auch hat, das Metalldach, was zusammengesteckt ist. Standort auch 1A plus, hier gibt es einen kleinen Schleichweg, links geht es zur Kirche, richtig, richtig krass versteckt hier im Gebüsch, der Feuermelder befindet sich ganz da hinten an irgendeiner Wand mit einer analogen Antenne für die 5 Ton Folge Ansteuerung oder wahrscheinlich noch älter von Postrelais, ziemlich versteckt das gute Teil. Sollte 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 Und genau da hinten wurde eine neue, dicke, fette elektronische Sirene auf dem Feuerwehrhaus aufgebaut. Ich hoffe man erkennt es. ist gerichtet in eine Richtung mit 1200 Watt Ausgangsleistung, also sprich 8 Hörnern, wird wahrscheinlich, weil ich war letztes Mal schon mal da, auf jeden Fall keine Hörmann, wahrscheinlich, achso genau, es ist eine Helin Leute. Das da drüben ist eine HES 1200 und hier vor meinen Augen die l52 d aber ich vermute einfach mal dass sie nicht mehr in betrieb ist gehe ich wirklich mal schwer davon aus leider finden hier auch keine probealarm statt sonst hätte ich da auf jeden fall mal eingemacht Tchaik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020